Hallo. An diesem Freitag habe ich eine besondere Überraschung für Sie. Heute geht es um den NLP-Trick Nested Loop, der dafür sorgt, dass ich direkt an Ihr Unterbewusstes herankomme. Lampenfieber sehnen Sie sich ja nicht bewusst herbei, denke ich mal. Wahrscheinlich ist irgendwann mal irgendetwas schiefgelaufen bei einem Gespräch, bei einem Referat, einer Präsentation oder einer mündlichen Prüfung. Und das sorgt dafür, dass Sie es nun mit Lampenfieber zu tun haben. Da hat sich jetzt ein Glaubenssatz unbewusst festgesetzt, der immer dann nach oben poppt, wenn Sie wieder in eine ähnliche Situation kommen. Ihr Gehirn möchte Sie einfach vor weiteren Schmerzen bewahren. Und deswegen produziert es im Vorwege so viel Angst, damit Sie hoffentlich aufgeben und diesen Vortrag zum Beispiel nicht halten. Wir haben in dieser Woche nun schon einiges probiert, um mit dem Bewusstsein dagegen anzugehen. Nun möchte ich aber direkt ins Unbewusste dringen. Ich werde Ihnen gleich eine Geschichte vorlesen, die etwas verwirrend ist. Ich verwirre mit Absicht Ihr Bewusstsein und dadurch dringen die wirklich wichtigen Botschaften direkt ins Unbewusste. Und wenn Sie diese Geschichte heute oder auch am Wochenende immer mal wieder hören, dann wird sich unbewusst der Gedanke festsetzen, dass jede Art der Prüfung Spaß macht. Damit Sie sich diese Erklärung nicht immer wieder mit anhören müssen, gibt es die Geschichte in einem Extra-Audiotake. Da bei der Hypnose immer mit dem Du gearbeitet wird, mache ich es hier auch. Und bitte, dies ist völlig harmlos. Es ist keine tiefe Hypnose. Schlimmstenfalls funktioniert die Geschichte einfach nicht. Wovon ich nicht ausgehe, aber das ist das, was schlimmstenfalls passieren kann. Bestenfalls haben Sie danach Spaß an Vorträgen oder an Präsentationen und werden sich wundern, warum Sie kaum noch Lampenfieber haben. Viel Spaß beim Hören. Und ich wünsche Ihnen jetzt schon mal ein schönes Wochenende.